herzlich willkommen zu einer neuen folge von spec ops the line der co-op modus steht wieder an nagra ist wieder mit dabei und wir schauen uns mal die zweite karte an george top finde und erlege den vip der 33 fliehe sobald das hier ledigt ist bevor die verstärkung eintrifft na gut ich glaube dieses ja die wir schon ausführlicher sein die karte ja genau nach einer etwas längeren map an weil diesmal müssen noch was erschießen bevor wir weglaufen ich meine meine letzten folge noch nichts erschossen ja nichts wichtiges offensichtlich ja so einfache menschen leben scheint hier nichts wert zu sein was habe ich gerade eine farmers okay ich habe einen sniper oder die die 417 die battlefield sehr gern gemocht f oder shift glaube ich kriegt ihn da oben ich treffe gerade nichts so dann warten wir mal kurz da oben sind jetzt nicht mehr links läuft noch einer auf die linke platform da oben ist noch jemand ändern wir das so scharf schütze ja ich habe das vor ewigkeiten war diesmal glaube ich im bundle drin und das hat sich kurz nahm release geholt ich muss gerade heilen und vertreten ist sehr schlecht granate ja gut ich habe auch von von anliegen seiten gehört dass es ziemlich gut sein soll das spiel ja ich mittlerweile eigentlich auch noch mal granaten ich habe das ein übersehen ja ja sollte eventuell helfen wo rennst du denn hin kollege die falsche richtung ja sehr schön das wird ja meine muni ist gleich leer schloss die gerade machen Dicker ist dauernd. Sehr schön. Wir sind bündner. Ja. Na, ich tausche die OC-Wort aus. Ja, man sieht ja was mit uns feiern. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch extra so gemacht worden. Oh, da fällt was vom Level ein. Nein, das Level. Was habt ihr getan? Hab euch noch nichts getan. Dann, ab nach oben. Ich könnte sie wieder gleich zerlegen. Nein, doch nicht. Hinter mir, was? Ach so, okay. Kann auch sein, dass von mir... Kommst du mit friendly fire? Ja, deswegen. Das kann natürlich auch gut sein. Das ist da heran. Oh, ihr habt kein Zeitlimits, ich glaube. Ja. Klopf, klopf. Ach so, du musst, glaube ich, synchron eintreten. Wie cool. Ach Gott. Hui, der hat einfach einen kurzen Baum gemacht. Oh, was liegt denn hier? So, du kannst die andere Munitionskistole holen. Das ist nicht gut. Ich hab aber, glaube ich, fast volle Munition. Dann ist gut. Oh, und nun? Ach. Ich habe Munition! Abflug. Kriegt auch noch Munition nicht gleich gesehen. Naja, egal. Das ist eigentlich ein Schritt für dich, die ich gerne verwende. Möchtest du an den Stand M.G.? Ich war nicht immer so popflos. Ach, ich kann mich ducken und wie kann ich das wieder wegnehmen? So, okay. Da kommt gerade Nachschub. Ja, wir müssen hier eh an das Ding angucken. Ja. Dann habe ich nochmal meinen Spaß mit dem Ding hier. Ja. Dann gehe ich mal so langsam vor und gucke, ob ich noch ein bisschen was triggern kann. Ja, da kommen jede Menge Beutel sehr kopflos reingestürmt. Können sie nie mehr Kopf einer großen Firma werden. Nee. Ich glaube, das war es, aber ja. Ich möchte jetzt stürmen wieder welche an. Den Füllen sich irgendwie so seltsam an. Ich brauche Munition! So, da ist er. Gut. Dann ab zum... War ja schon wieder so kurz. Ja. Nein, der zweite Spieler wartet auf mich. Juhu. Hui. Und lässt mich einfach da stehen, weil ich keinen Platz mehr an der Seilrutsche hatte. So ein welcher war auch. Ja. Gut. Ziel erledigt. Team ist in Sicherheit. Sehr schön. So. Dann kommen wir doch ganz gut voran. Okay. Ja. Das wäre es dann auch für die Folge gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Vielen Dank.